So, wie sollte ich euch vorstellen? Aber tatsächlich ich. Jetzt wirklich? Auf Englisch, oder? Auf Englisch. Oder Deutsch. Kann man dieses Mal vielleicht auf Deutsch machen? Ok. Aber wie spreche ich denn Deutsch? Wie spreche ich denn Deutsch? Ja. Hallo. Willkommen. Oh, hey. Zum Unboxing. Das ist der große Moment, dass ich mich entfüllen muss. Mitte links. Mit meinen Fliebschübern. Aber so ist das schon cool. So ist das schon voll cool. Weil man es ungeplant hat. Ja. Ich bin gespannt, wie der Kappa wirklich so gebildet wird. Und wenn ich jetzt gleich den Box aufmache, dann wäre ich auch schon zu locker. Ich bin gespannt, wie der Kappa ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt, wie der Kappa ist. So ist jemand gekommen. Hallo. Hallo. Geht's gut? Ja, hab ich schon erwähnt. Es fängt toll, dass es netter auskommt. Es fängt schon an zu schreien. Schnell? Es fängt schon an zu schreien. Es klingt nicht gut. Ja. Anna, guck mal in meiner Kamera. Wie sehen die aus? Sehen die aus? Es fängt eigentlich gerade. Ja, es fängt schon. Ja, passt. Passt. Siehst du viele Busen? Nee. Wir müssen mehr. Also, wir alle müssen ein bisschen mehr gerade sitzen. Ja. Wir müssen sicher ein bisschen. Bisschen weg oder zu? Ja, nein. Ja, ja so. So? Soll ich das auch über eine Schulter machen? So, so? Ah, es kommt zu. So. Too much. Too much. Beste Stativ. Ja. Ja. So, arbeiten wir bei Film. Wir überlegen, was wir sagen wollen. Soll ich... Machst du's auf Englisch? Ja, ich überleg's nur, wie ich das auf Englisch oder auf Deutsch machen will. Okay. Tatsächlich weiß es das nicht. Ich weiß es auch nicht. Normalerweise mache ich alle meine Videos auf Englisch. Seid ich überhaupt nicht das Video so nicht aufschwein? Hi. Hi. Ja. Ja, natürlich. Und was regelst du? Komm her. Meine Haare... Aber... Wir filmen nur einmal. In der Box können wir nur einmal aufmachen. Und wieder zumachen geht nicht. Ja. Kannst du noch was ändern? Noch ein bisschen jetzt. Okay, weiter. Okay, weiter. Okay, weiter. Du kannst dich ruhig hinsetzen. Du kannst dich ruhig hinsetzen. Bei den Früchten auch. Ja, aber schau mal. So. Es ist egal. Es ist egal. Es ist nur die Vorstellung, ich muss dir was geben. Falls ich noch werde. So, am besten. Am besten. Ich bin jetzt aber... Puh! Lass uns einmal ein Auto. Okay, so. Aber dann... Warte? Hier? Ja. Lass mich... Nicht, lass dich von hinten. Ich halte. So. Was, meine ich? Sollen wir noch einen Tischchenkopf machen? Nein, nein, nein! Ich würde nicht so schlecht. Ja, aber wir können ja den Tisch abräumen und dann nur das Paket draufstellen. Und wir sitzen und... Naja. Keine Lust auf neu einstellen. Das kommt auch schon. Jetzt ist das schon bequem. Ja, passt das wieder schon, oder? Für mich passt das ganz gut. Dann brauche ich mich sofort, weil dann ist das voll. Warum sind wir... Sind wir dran? Sieht das jemand davon? Sind zu viele Brüfen? Hier? Alles gut. Ja, ich bin jetzt oben nicht so. Aber? Also... Du hast da alles eingepackt. Ist es nicht komisch, wenn du als einziger Mann so außen sitzt? Ist nicht besser, wenn wir... Außen? Wie groß ist dieser Tischkopf? Na, aber du kannst ja rein. Du kannst nicht mal außen sitzen. Nee, aber so drei und dann eher so... Ja, für mich ist das... Also wir sind drei in jede Saison ein Mann. Ja. Egal, wo ihr sitzt. Es ist immer außen. Ja, aber so fühlt es keinen gerade zu haben. Nein, das fühlt mich angenehmer. Ich habe halt lange Beine und du hast so Platz. Und mir fällt ja kein Platz, wenn ich das jetzt halte. Ich muss dir dafür zum Rücken zu lassen. Okay. Ja. Ja. Ja, was? Ich gebe dir dann das Schöne an. Du darfst aber auch machen. Oh, das sieht sich ja ui schön aus. Das bin ich mit den Knie. Das ist so richtig, so richtig schön. Ei, die Quetsch. Egal. Warte. Du machst ja auch das Ding hier. Dann bin ich auch ein bisschen größer. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du gemült wirst oder nicht. Warte. 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 Oh ja. Ja, warte. Dann mache ich so das Bein. Das ist keine Sauna. Also. Ach ja. Hallo. 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 Hallo, everyone. I want to welcome you all to the new video on my YouTube channel. I've got this great and big Nick's Face Awards gift box. Because I made it through to the top 15th of Austria. Today we are all together and we want to open up the box. I already with it three days, then it's the time to open it up. And here I have Adam. Hi. Anna. Hallo. And Julia. Hi. So, die sind normalerweise nicht so kraft. Was? Gut. I'm so sorry. We just turned everything to German because we couldn't decide at the end which language is the perfect one for this video. So, we kind of mix, mix both languages. So, let's open it up. Magst du das auch? Magst du es auch machen? Du kannst schon aufmachen. Du kannst schon aufmachen. Du kannst schon aufmachen. Du kannst schon aufmachen. Bicke! Oh, look at me, dear. Der erste Schritt ist geschafft! Ich bin im Top 15 und das Thema der zweiten Challenge lautet Life on Mars. Let's get into Alien. Das heißt, für nächstes Video muss ich einen Alien schminken. Vielen Dank! Und... Komm jetzt hier! Das ist richtig schön weg, ich schaue. Wow! Oh mein Gott! Das darfst du jetzt machen. Das ist super! Und das darfst du auch machen. Oh mein Gott, look at all the stuff here! Oh mein Gott! Es sieht so süß aus! Es geht nicht auf! 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 Nicht zu viele Sachen drin! Mensch! Oh, look at the backpack! Nix drin! What happened? Something! Es geht nicht auf! Es geht nicht auf! Oh mein Gott! We have the... Clarisonic! Beautifully transformed skin in just 60 seconds a day! Thank you so much! Es gibt noch andere Sachen drin, oder? Es geht nicht auf! Es geht nicht auf! Es geht nicht auf! Oh mein Gott! Es ist noch etwas drin! Es ist der Homeset! Es ist der Homeset! Oh Gott! Du beschwert dich das, wenn es nicht weiterhängt! Sehr gut! Look at these packages! Look at these packages! Oh, I've got these whole new eyeliners! They're my favorite ones! These are seriously my all time favorite liners! And especially for creative looks! They're so good! Oh, they're so beautiful! What can I show you? I don't know if you can see the distance! Oh yeah! And here we have 4 different eyebrow cake powder! In different colors! Oh my God! You have it! I have it! I have it! I have it! I have it! Wow! I love them! I love these! The wicked lashes! Are they all the same? Yeah! I don't think so! Are they all the same? No! They're not the same! They're not the same! They're all called the wicked lashes! But I don't know the name! Is there numbers? For example.. WL12! Wixen! Reinhard! They're so free! Thank you! Oh, okay! We do it! 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 Yeah! We do it! We don't have to see it! Okay! Oh! Look at this! Mascara in three different colors! Two peach colors, one violet one, and a blue one! That's cool! Oh! That's the one of the best primer 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 Also Leute, das ist mir jetzt mein Lippenstück aus. Nicht anfacken. Das ist mein... Oh mein Gott, das ist nichts. Was darfst du jetzt aufmachen? Was darfst du jetzt aufmachen? Kannst du auch aufmachen? Die sind aber einfach nicht. Die habt ihr alle zu. Ich bin da ein bisschen böse. Die sind so bun, schau mal. Ja, die sind auch ziemlich cool für kreative Sachen. Ja, auch hier. Base-Paintains. Die Jumbo-Pen sind auch meine Lieblings-Pencils. Auch sehr cool für kreative Looks. Ich werde das alles für den nächsten Look brauchen. Ich kann ein Backpischen. Was ist das? Liquid. Liquid eyeliner. Next step. Double step. Mascara. Oh mein Gott, look at this picture. Mascara. Mascara. Could you see anything? Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. We didn't open that one. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist. Mascara. 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 There you are again. Und es tut mir so leid Leute. Inzwischen... Unsere Kamera war schon tot. Aber es steht unten so ein Zeichen von wegen... Es zeigt die Zeit an, wie lange es filmt. Wie lange filmen wir noch? Slash. Und dann 4 Minuten 36. Das heißt, wir dürfen noch weitere 4 Minuten filmen. Okay. Nehme ich ja. Dann geben wir Gas. Ja. Gut. Komm, komm, komm. Leute, das tut mir so leid inzwischen. Unsere Kamera war tot und deswegen haben wir einiges gefilmt und nicht gefilmt. Wir haben es halt gezeigt und nicht gezeigt. Und wir machen jetzt schon weiter. Malat, magst du noch einmal die Palette zeigen? Aber natürlich. Ja, bitte. Wo ist die Palette? Ja, das ist so gut. Hier, die Palette. Ah. Ja, hier. 3 Cheeks. 3 Cheeks Palette. Ist eine Hammer. Die ist schön in Farben. Und die ist 25 in 1. Ja. Wir haben so viele Red Can Produkte, so ganz unterschiedliche. Und es gibt ein Favorite Produkt. Heißt, 25 Benefits, 1 United. Das müsst ihr unbedingt mal kaufen. Und auf der hohen Seite steht so viele interessante Punkte, alles was man damit machen kann. Nämlich 25 verschiedene Punkte. Ja. Ah, wir wollten noch die Lippenstippe zeigen. Unsere Lippenstippe. Ja. Also schon violett. Ja, du hattest die grüne noch an meinem Kopf. Ich auch. Das blaue. Machst du es auch zeigen? Ja. Ja. Es ist voll schön. Ja. Ja. Hier. 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 Es gab so viele Pinsel noch dabei. Kann man ja nicht genug haben für die Pinsel. Und. Doppelstack Mascara. Das ist auch ein 2-2-1. Also 2-2-1. Achso 2-2-1. Also 2-2-1-1. Also 2-2-1-1-1. Also 2-2-1-1-1. Ja. So viele Sachen drin. Wir haben alles nochmal offgemacht. Ja. Die Lipp-Rosses. Ah, was ich auch sehr gerne mag sind die Rippenstippe. Die haben so viele Farben. Kann man ganz ganz crazy Looks draus machen. Hast du dir eigentlich ungefähr die Reihenfolge gegeben? Ja. Zeigst es das 2-1-1-1. Es tut mir leider nicht das 2-1-1. Ich mag das schon sehr gerne. Ich zeige noch. Ich zeige noch. Zeige ich nur die 2-1-1. Die sind so gut. Das war mein 2-1-1-2-1. Ich mag die. 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 Und die matten Lippenstipte, die Liquid. Liquid. Suede. 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 Professionals. Also die sind auf jeden Fall ganz matte Lippenstipte, so Liquid Lippenstipte. Und die Farben sind genial, so viele schöne Nudefarben in der Werk, finde ich auch ganz ganz toll. Hier gleich noch einmal. Die Läscher haben wir schon gezeigt. Die Läscher haben wir schon gezeigt, oder? Hoffentlich. Also Leute, ich zeig euch einmal was alles da vorliegt ist. Was ich meine Haare gemacht habe, mit dem. Ohhhh, was habt ihr verpasst? Ich krieg das Beste. Und es riecht so gut. Das müssen wir noch einmal in den Markt machen. Working Materials, das ist ein Modellierpasta für die Haare. Das muss man erst mal unten leicht gucken. Wir haben schon ein bisschen versucht, es kommt nicht raus. Und das ist, was da rauskommt. Es duftet so gut. Ich gebe euch eine Hand, bitte. Nimm es auch jetzt ein bisschen. Bitte. Es ist halt eine Modellierpasta, Leute. Ihr seid vorsichtig, was ihr damit macht. Wir mobilieren alle und auch. Wir mobilieren alle. Es geht alles wieder da rein. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wie viele Sachen da drin sind. Guck mal. Guck mal. Da fällt alles. Ja. Seht ihr das? Hoffentlich seht ihr das alles. Wie? Es geht so. Es geht so. Ja. Ausleeren. Darf ich? Ja, ja. Du darfst es schon ausleeren. Und inzwischen dürfte ich mich noch einmal... Was? War ich in 4 Minuten? 4 Minuten und 41 Minuten... Okay, Leute! Ich bin jetzt hier auf! Oh! Oh! Oh, Gott! Jetzt! Jetzt war ich nicht so. Okay, nun machen wir. So. Und der letzte Cut? So, das ist unser letztes Cut. Es wird gehen. Ja, es kam aber inzwischen ein zweites Mal und letztes Mal hoffentlich tot. So. Hoffentlich weg. Also, ich möchte mich jetzt endlich mal bedanken. So. Ich möchte mich wirklich bedanken mit so einem großen Geschenkbox. Vielen, vielen. So, wie habe ich das gesagt? Nein. Davor? Genau. Ich habe es nicht gesagt. Nix Cosmetics Austria, thank you so much. Vielen, vielen, vielen Dank. Die Box ist einfach amazing. Und ich werde alles für den nächsten Look brauchen. Alles. Wirklich alles. Alles. Und seid gespannt. Das nächste Video kommt eh bald. Mit Thema Life on Mars. Wisst ihr schon, dass ich mein Computer habe? Ja, viel mit Oli Lerpass. Das stimmt, viel mit Oli Lerpass. Viel mit Hairstyling. Ich brauche natürlich meine really bright, really bright Eyliners. Ja. Aber wenn du alles benutzt, dann tut mir dein Model leid. Ich bin der Model. Achso. Dann tutst du mir leid. Ja. Alles? Einfach alles benutzt du? Ja. Ja. Also ich bin kreativ genug. Ich kann schon alles benutzen. So die Haare mit Eyeliner. Das ist eine kundige Idee. Du musst nicht alles verraten, was du machen kannst. Secret. Cool. Hiermit wollen wir uns langsam schon verabschieden. Ich glaube, wir können weiterfrieren bis morgen. Ja. Na ja. Die Kamera geht eh bald wieder aus. Ja. Die Kamera geht eh bald wieder aus. Ja. Ich bedanke mich noch einmal. Und ich freue mich uns bald wieder auf dem YouTube-Channel zu sehen. Ja. Tschüss. de dazu keep webbherren. Tja Bien. A routier Èuitlich drauf. Tschir happened auf dem Win vegetarisch.